Bester Most, bester Honig, bester Speck. Und das alles aus der Region. Aber der Reihe nach. Wieselburger Messe 2019. Die Prämierung der besten Abhofprodukte. Jedes Jahr werden anlässlich der Messen Abhof und der Wieselburger Messe Hof und Forst die besten Produkte aus mehreren Kategorien verkostet und ausgezeichnet. Und das ist für die landwirtschaftlichen Produkte aus dem Bezirk Neunkirchen höchst erfreulich. Vier der begehrten Auszeichnungen gehen in den Bezirk Neunkirchen. Die Goldene Birne für den besten Apfelmost extra trocken und die Goldmedaille für Apfelmost halbtrocken geht an die Familie Posch vom Blockhaushäurigen in Wartmannstetten. Die Goldene Birne für den besten Apfelmost trocken geht an Johann Simon aus Mollrahm. Doch damit nicht genug. Die Goldmedaille für den besten Blütenhonig, die Goldene Honigwabe, geht an die Familie Gruber nach St. Ägiden-Urschendorf. Und die Auszeichnung für den besten Schinkenspeck geräuchert, genannt der Speckkaiser, geht an Karl Kirnbauer nach Brigitz. Wir haben die Sieger besucht und blicken hinter die Kulissen. Na, wie macht ihr das als Saisonräumts in Wieselburg um? Michael und Christoph, erzähl uns was. Ja, wir setzen auch, so wie ich, auf Qualität aus dem eigenen Obstgarten. Aber wisst ihr was? Kommt ihr mit nach Grafenbach, da sieht man das vor Ort. Unser Obstgarten steht ganz im Zeichen von purer Obstgenuss. Wohn-Ekämie und arbeiten mit der Natur, das ist die Basis für erstklassige Mostqualität. Nach der Ernte im September kommen unsere Bioäpfel direkt zu Michael nach Muram und werden dort sofort vorab. Und im Keller veredeln wir das Spitzenprodukt Apfel zum Edelmost. Und das seit Generationen mit der Original Simon-Rezeptur. Das schmeckt und das schätzen auch unsere herrigen Gäste. Im eigenen herrigen oder auch im Shop zum Mitnehmen gibt es unsere Produkte zum Genießen. Drei Mal bester Most, einmal bester Honig und einmal bester Speck. Geh was los, Kohl, zeig uns das. Bei uns ist es auch so, wir haben die Öpfeln und die Birnen aus der Region, in unseren Schreuobstwiesen, in den Intensivobstanlagen, aus denen wird unser guter Most gemacht. Die größte Mostheurigendichte Niederösterreichs haben wir. Vom Wechsel bis zum Semmering kannst du die ganzen tollen Produkte, die wir erzeugen, bei unseren heurigen Betrieben verkosten. Seit heuer sind wir richtige Sieger und da sind wir stolz drauf. Speckhäuser, bei der größten Direktvermarktung des Europas, das ist was. Seit wir den Weg in die Direktvermarktung eingeschlagen haben, war es immer das Ziel, in Wieselburg einmal ein Geld mit uns zu machen. Nachdem wir das mehrmals erreicht haben, habe ich mir insgeheim gedacht, einmal Speckhäuser werden. Wow, das war was. Jetzt haben wir das Ziel erreicht. Speckhäuser mit unserem gereicherten Schinkenspeck. Am besten kommt es vorbei, wenn wir ausgesteckt haben. Auch Honig-Spezialitäten werden in Wieselburg prämiert. Eine starke Konkurrenz aus ganz Österreich am Start und am Ende ein Sieger. Familie Gruber aus St. Ägiden-Urschendorf. Im Obstgarten der Familie Simon finden Bienen beste Nahrung und damit die idealen Voraussetzungen für Top-Qualität. Feinster Honig ohne Zusatzstoffe und das schmeckt man. Hier im Obstgarten wird die Basis für beste Qualität gelegt. Das ist Spitzenqualität aus dem Bezirk Neunkirchen. Das ist Spitzenqualität aus dem Schwarzer Tal. Besuchen Sie die Sieger direkt am Hof bei Wochenmärkten oder vorab auch im Internet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020